Die Super Noobs Was Weizen mitholen Und wenn ich dann zwei Kühe sehe, werde ich mir die Kühe angeln Ja, das mache ich jetzt gerade auch Na, ich brauche aber vorher jetzt noch einen Gatter, wo wir die dann auch reintun können, damit wir sie züchten können Und dann hört das nämlich auf mit dem Der Sucherei Uiuiui Ach, geh weg Blödes, ich weiß wirklich nicht mehr, wo ich hinlaufen soll Doch, ich schon, also auf jeden Fall hier aus dem Da sind wieder Hühner Hühner? Ja, ein Ei habe ich gefunden Mann, wo? Mir beide in den Riss reingefallen, wo? Sehr riskant Mhm Nein, ich habe es genau gehört, ich habe es genau gehört und ich habe es gefunden Uhu, und Eier Mhm Ich habe nur leider nichts dabei und kann natürlich jetzt nichts zu uns rüberziehen Wo bist du denn? Äh, da wo? In der Pyramide? Da war dann, ich versuche gerade darüber zu kommen Uhu, uhu Uhu So Da wo auch das Zuckerrohr ist Wo auch das Zuckerrohr ist Wo auch das? Wo auch das? So Hier? Hier? Ja, da sind die Pyramide Ja, da sind die Pyramide Nee, da sind noch mehr Nee, da sind noch mehr Ja, aber nur eins Da war noch mehr Aber gut, eins würde uns auch schon aufreichen, ne? Ja, erstmal auf jeden Fall Ah, hier ist noch eins Ich denke dann, einen Huhn haben wir ja bei uns, ne? Schon Dann haben wir drei Ja Dann können wir die von hier aus züchten Hm Kommt hier Hühner Kommt hier Hühner Bok, 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 bok Bok, bok Äh, das Leder, meine ich Nehmen So Damn Was ist denn hier hin? Hallo? Bestimmt wieder am Dings hängen geblieben Ja, komm Kommt schon Wie wird denn? Wird langsam wieder dunkel Hm Ich glaube, ich habe ein Hühnchen verloren Kann das sein? Ja, hier glitscht, glaube ich, eins rum Hm, eins glitscht hier rum Lass ich rein oder so? Weiß ich nicht, das Jetzt ist es drin Ja Gut, dann weiß ich Das glitscht aber irgendwie ganz komisch da rum Party mal, genau Und jetzt ein kleines Ein kleines da? Ein kleines da? Mhm Ah, das Hühnchen ist aus dem Boden ab Hast du noch zufälligerweise ein Tor bei dir? Gattertor? Nee, ich habe es eben vorhin eingesetzt Okay, dann muss ich noch eins machen gehen Habe ich zufälligerweise Habe ich zufälligerweise Ich habe sogar genug dabei Wunderbar Jetzt versuche ich noch mal ein paar Ah ja Schmeißen Auf dem Glasgibbel kann ich drauf, ne? Hm? Auf dem Glasgibbel kann ich drauf, oder? Was? Auflaufen Ja, Glas kannst laufen Ich habe gerade wieder drei geschmissen Nee, gar nichts Irgendwie ist es verflucht Mhm Hm Ja, gar nicht Nicht, dass sie das aufgew- also, äh Verändert haben Wieso? Wofür? Weiß ich nicht, dann Dann wären ein paar tolle Sachen weg Hm? Ich sage, dann wären ein paar tolle Sachen weg Mhm Die Hühnerfarm, die Hühnerquetsche So Steckbällerei vielleicht, ist weh? Du kannst dich auch einfach so da reinlocken und dann Mhm So, ich hole mir jetzt Weizen mit und jetzt gehe ich Kühe suchen Ähm Ist das in den Hühnen? Ja, ja, ich laufe da hinten rum Wo war nochmal das Tor? Ach, hier vorne war das Tor Ja Sollst du auch mit raus? Ja Oh, ich sollte aber meinen Bogen Soll ich aber wirklich jetzt raus? Ja, ist ja nichts Nö Komm her, du Stück So Sack Sorry An 개인 Ich lepp dich noch einmal Da Oh 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 ohoh Ich muss mal schnell was essen Hier kommt denn Creepy Vergebern Wo? Wo? Einen Wo? Höchstet Dädsel Womit Hier und ich da荒inden Sandburgchen Sandburgchen Sandburgchen? Da unten Womit Você ich sehe kein Krüger wenn ich nicht Arto ist im Wasser aber da gibt es zwei Stück in Rheinland und ich mag dich nicht um ich will Der zweite auch. Oh, da ist gerade einer neu gespawnt. So, ich gehe auf jeden Fall jetzt mal hier rüber in diese Sumpflandschaft hier und guck mal, ob da was ist. Ich glaube, das sind überall, äh... Höhlen-Dinger. Da sind Schafe. Ja, Schafe brauchen wir nicht, ne? Im Moment nicht, ne. Da sind auch Creepies drauf, da ist ein Schwein. Oh, Gott. Mach mal einen dicken Bogen drum. Ja, aber das scheint gut, Tiere drauf zu sein. Wieso? Ach so, das ist ein rosa Schaf. Schaf, rosa Schaf, creepy. Das ist ein Spinny. Nein, nein, nein. Können keine Creepies im Wasser? Ja, aber da explodieren die nicht so. Also, da passiert nicht viel, wenn die explodieren. Eins, folg mir. Folg mir. Ich habe gerade zwei Stück kaputt gemacht. So, rosa Schaf. Alter, Alter, Alter. Oh, hier ist ja die Monster-Party, äh. Komm mal her. Oh, hier sind ganz viele Spinnen. Äh, ich bin der Weltreist. Wo bist du? Bella, lass uns mal zusammenbleiben. Ja, ich weiß ja nicht, wo du bist. Ich komme gerade zu dir. Wow, 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 wow. Nein. Nein, nein, nein. Du hast mich ein bisschen kaputt geklopft. Ich habe dich ein einziges Mal getroffen. Ja, ja, das hat mir fast alle Leben abgezogen. Jetzt habe ich, äh... Äh, ja, beeil dich am besten. Ich bin schon auf dem Weg. Ich komme an den Rand. Gas, ja. Sind da? Jetzt gleich. Ich bin auf dem Weg zur... Es kann sein, dass ich ein paar Freunde mitbringe. Hey, ne, du... Bleiben hier schön. Ja? Ja. Wir haben Sand schön verteilt. Ja, guckst du uns gerade zu? Ja. Bist du schon mal einsammeln? Okay, ich habe nämlich ein paar Sachen schon hier in die Truhe reingetan. Das war lieb von dir. Aber ich habe keine Rüstung mehr geil und kein Schwert. Ich habe ein Schwert eingesammelt. Ja? Ja. Ich muss gerade gucken, was ich noch alles hier habe. Das habe ich noch hier. Das habe ich noch hier. Das war noch von dir. Das war noch von dir. Das war noch von dir. Hier ist noch was. Biber hat gespawnt auf dem Rasen. Ja. So, Schwert. Ah, ein Helm. Ja, das... Ich... Alles versucht einzusammeln, was ging. Ja, wunderbar. Ist alles sonst weit drin? Alles... Alles dabei? Okay. Mist, Vieh. Wo ist er? Da war noch einer. Wird wieder hell. Ne, da ist einer. Noch einer. Biber. Verdammt. Achtung, links von dir. Er lässt mich nicht aus dem Wasser raus. Keine Panik, der Klipper ist jetzt kaputt. Alter, willst du mich verarschen? Mipi, Mipi. Wird wieder hell. Oh! Warum bist du denn? Was denn? Ich habe dich gerade zum Glück nicht getroffen. Doch, hast du, aber ist egal. Mann. Essen hast du jetzt keins dabei, hier, ne? Ja, bei mir aber essen. Ja, Moment, ich mache mir gerade zwei Brote. Warte mal. Bei dir steckt die Tatkriegel. Jawohl, ich werde dich gerade sehen. In meinen Füßen, im Hintern, im Kopf. Holt dir sieben Fleisch raus. Ich habe mir Brote gemacht. Oh, ich hole sieben Fleisch raus. Jetzt lass aber mal hier auf Dingssuche gehen. Damit wir endlich ein paar Kühe hier rüberziehen können. Was hast du denn die Sachen mitzunehmen? Ich habe jetzt soweit alles Wichtiges dabei. Wurde ich die Sachen etwa bestehen lassen? Äh, sonst bringen die Sachen vielleicht, wenn du möchtest, zurück. So, ganz verlieren müssen wir die Sachen jetzt. Bitte? Nichts, nichts. Ganz verlieren müssen wir die Sachen ja nicht. Was ist das? Kühe. Ich habe Kühe gefunden. Ich. Zumindest eine Kuh. Nein, ich habe mehr Kühe gefunden. Hammer geil. Ich habe die nicht gefunden. Ja, weiter. Einfach geradeaus weitergegangen. Komm her, du Kuh. Da ist noch. Oh, oh, oh. Ganz viele? Vier Stück. Oh, oh. So. Dann. Und, mal. Wieder. Ich weiß aber gar nicht mal, wo bei uns zu Hause ist. Ich, du, willkommen bist. Oh, 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 oh. Sie sehen nämlich gar nicht hier? In zu Hause. Hallo. Kühe. Gesundheit Ich weiß gar nicht Wo ich hin muss Hier ist mein Pippe Die Hüse Oh, die Kühe! Hast du Lust, mir einen Gefallen zu tun, dir ganz viel Erde zu holen? Ganz viel Erde zu holen? Ja, du hast doch gesehen, wo wir hergelatscht sind, ne? Ja Da einen Weg hinzubauen mit Erde Irgendwie, wenn ich schwimme, wollen die Kühe irgendwie nicht mehr zu mir kommen In den Truhen oben ist auch ganz viel Erde bei uns Mann, sind die doofe Sobald ich ins Wasser gehe, wollen die mir nicht mehr folgen Ist das neu, oder du? Anscheinend Ist aber doof, das war vorher besser Ich bring die jetzt schon so weit, wie ich es kann Hier mit Bella kommt mir schon mal entgegen Ja Hilfe! 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 Ja, ich muss den Weg gebaut kriegen übers Wasser Ja, ich muss den Weg gebaut kriegen übers Wasser Am besten so zwei breit Hm, wissen du Ja, ich bin einfach geradeaus weiter gerannt Da wo wir waren Dann geradeaus weiter Kannst du denn uns irgendwo sehen? Ne, noch nicht, ich bin da ein ganzes Stück gerade ausgelaufen Ein ganzes Stück Nein, 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 du blöde Okay Oh, ich habe jetzt auch ein paar Schafe dabei Jetzt kann ich sehen Nein Nein Komm her Ach, ich habe jetzt hier eine ganze bunte Äh Äh Derjenige, der da am Bauen ist Bitte nach rechts jetzt Auf rechts der Insel stehe ich Ja, da bist du Da Ah ja, ich sehe dich So Meine Gefolgschaft wartet auf sicheren Überweg hier Ah 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 Ah